Hallo und herzlich willkommen zum Thema Was sind periodische Vorgänge? Wir wollen dir heute anhand eines Beispiels zeigen, was periodische Vorgänge sind. Im Alltag, in Natur und Technik gibt es Vorgänge, die sich regelmäßig und immer genau gleich wiederholen. Solche Vorgänge nennen wir periodisch. Carsten ist ein begeisterter Radfahrer. Sein Lehrer hat ihm folgende Aufgabe gestellt. Zeichne auf, wie sich die Höhe des Ventils über der Straße am Hinterrad deines Fahrradfahrers... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten! Sogruppeere es am besten, wenn du mit Fieber profitierst du mit Fieber platinieren musst. So interessieren, was du mit Fieber platinieren? Sogruppeere es am besten. Sogruppeere es am besten, wenn du mit Fieber platinieren kannst. Sogruppeere es am besten nur die Versuche, um ein bisschen mit Fieber platinieren. Sobald ist immer, ich mich täglich in die Zensuren ohne so belly steig.